Die Türen gehen auf, das Theater hat geöffnet, das Licht geht aus, das Schauspiel fängt bald an. Vorrang auf, damit hat keiner gerechnet, Augen auf, was kommt als nächstes dran. Alle sind gespannt, was als nächstes geschieht, alle sind wie gebannt, dass keiner mehr sieht, ahnt, merkt oder andere Schlüsse zieht. Wird die Welt auch dieses Mal, gerettet wird der Schurke, auch dieses Mal besiegt, ist das Glück uns heut vielleicht. Auch verspätet wird es so sein, dass der Held die schöne Prinzessin kriegt. Alle sind gespannt, was als nächstes geschieht, alle sind wie gebannt, dass keiner mehr sieht, ahnt, merkt oder andere Schlüsse zieht. Am nächsten Mal. Morgen holt mich die Realität zurück, lesen der Zeitung von einem Riesenunglück. Auch auf den Straßen merkt man, da ist was los und auch in den Nachrichten bringen sie es riesengroß. Alle sind wie gebannt, dass keiner mehr sieht und alle haben Angst, was als nächstes geschieht. Alle sind wie gebannt, dass keiner mehr sieht und alle haben Angst, was als nächstes geschieht. Alle sind wie gebannt, dass keiner mehr sieht, was als nächstes geschieht. Untertitelung des ZDF, 2020